Also ich lebe hier seit 1977 in Dresden. Ich habe an der Hochschule für Verkehrswesen, Schienenfahrzeugtechnik studiert. Ich habe hier meine Frau kennengelernt und wohne seitdem auch immer noch hier. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe diese Stadt. Sie ist so voller Sensationen, so voller Kultur, so voller Inspiration. Hier haben sich die Größen der Kunst und Kultur die Hand gegeben. Sie waren hier und sie haben ihre Spuren hinterlassen. Und davon lebt Dresden heute. Besonders. Was ist mein Anliegen? Ich möchte einen Ruf ins Land, in Europa senden und SOS funken, weil unsere Flotte, die auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Kulturgutes, unseres Stadtbildes ist, in Gefahr ist. Und nicht, weil die Schiffe jetzt schlecht sind. Die Schiffe sind im guten Zustand. Wie Sie alle wissen, wie es auch aus der Presse vorgegangen ist, ist die Insolvenz der Sächsischen Dampfschifffahrtsgesellschaft nun bekannt gegeben. Und es sind nur noch wenige Wochen Zeit. Dann geht die Flotte sozusagen unter den Hammer. Ich selber, und das ist eigentlich auch so die Intention, ich selber komme aus einer kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, wie es jetzt heißt, aus Mecklenburg. Ich komme aus Warnmüritz. Und wer sich da einigermaßen auskennt und wer da vielleicht schon gewesen ist, wird sich auch erinnern können, dass es dort in Klink ein Fernhotel gegeben hat, was in meiner Jugendzeit ein kulturelles Zentrum gewesen ist. Da war ein Schirmbad drin, da waren verschiedene Zirkel kulturelle Möglichkeiten. Da war ein großer Saal, wo Weihnachtsfeiern und ähnliche Dinge gemacht wurden. Also Klink war eine Reise wert. Dieses Fernhotel Klink ist nach der Wende dann den Weg aller gegangen. Es wurde privatisiert und, ja, machen wir es kurz heruntergewirtschaftet und dann kam das Ende 2017. Also ich sage mal so, der Sprengmeister hat verdammt gute Arbeit geleistet. Im Hintergrund können Sie praktisch hier diese Aufnahmen sehen. Und ich möchte an der Stelle sagen, es ist weg. Es ist weg. W-E-G. Weg. Und ob da was Neues kommt oder irgendwas anderes kommt, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie es angenommen wird und dergleichen. Ein Stück regionale Kultur im wahrsten Sinne des Wortes ist verschwunden. Was mir eigentlich einen zusätzlichen Schmerz bereitet, ist, in der Region ist wiederum ein Stück Identität verloren gegangen. Und das ist eigentlich für mich die ganz große Gefahr, dass wir momentan da richtig darunter leiden, dass uns bestimmte Dinge, mit denen wir groß geworden sind, was uns, wie sage ich, begleitet hat, was eigentlich unsere Identität gewesen ist, dass es verschwindet und das tut weh. Und ich möchte Ihnen einfach nur sagen, dieser Werdegang der Privatisierung, das bedeutet privat. Privateigentum heißt, dass der, der dieses besitzt, natürlich auch dieses verwenden kann, so wie er möchte. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich bin jetzt nicht sicher, aber privat bedeutet, dass man das Recht hat, die Benutzung oder die Nutzung anderer auszuschließen. So, und jetzt spreche ich ganz besonders die Dresdner an. Liebe Dresdner, wenn wir jetzt mit dieser Flotte in die Versteigerung gehen, was ja nun in August passieren soll, soweit ich weiß, dann geht es in privaten Besitz über und diese Besitzer oder der Besitzer, das weiß ich nicht, können dann mit diesen Schiffen und mit diesen Dingen machen, was sie prinzipiell eigentlich wollen. Sicher unter Einhaltung der Gesetze, aber sie können es benutzen, wie sie mögen. So, und nun kommt unsere Überlegung und unsere Intention. Wir möchten das nicht, weil diese weiße Flotte oder ehemals weiße Flotte, die sollte diesen Namen übrigens wieder haben, war ein, ist ein Teil, ein, wie soll ich sagen, ein Teil des Dresdner Stadtbildes, es gehört dahin, stellen Sie sich mal die Brütsche Terrasse ohne die Dampfer da unten vor. Was wollen Sie da haben? Ein Tretbootverleih? Wo dann reichenweise Touristen untergehen, weil sie in der Strömung inzwischen die Pfeiler kommen? Und noch ist die Elbe nicht versiegt. Ja, es gibt eine zweite Möglichkeit. Das heißt, dass wir diese Schiffe in den Besitz von Dresden bekommen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es wäre jetzt eigentlich viel zu früh, darüber zu reden, was dann genau passiert. Weil wir müssen ja erstmal sehen, was in den nächsten Wochen hier entschieden wird, sowohl von Seiten der Staatsregierung als von Seiten der Stadt, des Landes, also der Bundesrepublik Deutschland oder ähnlichen Dingen. Nur ich persönlich glaube, das ist eine Sache, die regional stattfinden wird und ausgefochten werden muss. Also ich spreche hier bereits jetzt schon den Herrn Kretschmann, ich spreche den Wirtschaftsminister des Freistaates Sachsen an, ich spreche den Oberbürgermeister Herrn Hilbert an und ich spreche alle Gemeindevertreter im elbischen Raum, wenn ich es mal so sagen darf, an, wo ist ihre Stimme? Wo ist ihre Stimme? Was können wir tun? Ich möchte sie auffordern, hier Position zu beziehen und dafür zu sorgen, dass diese Flotte im Besitz des Landes oder der Stadt bleibt, aber niemals, niemals in private Hand geht. Was man da genau Konkretes machen kann, das werden wir sehen. Ich möchte mich vielleicht im Weiteren in den einzelnen Clips nochmal kurz dazu auslassen, aber an der Stelle denke ich, ist erstmal das Anliegen gesagt. Es geht darum, diese Schiffe im Verbleib der Stadt Dresden oder des Landes zu belassen, sodass auch die Verfügungsgewalt letztendlich im Sinne dieser Bestimmung ist. Man darf ja nicht vergessen, es ist die älteste Dampferflotte der Welt, es ist die älteste und größte Dampferflotte der Welt, größte vor allen Dingen, sie ist 1836 gegründet worden und wir haben Schiffe, wir haben Schiffe, die in einem Top-Zustand sind. Wenn man sich in den Maschinenraum reinblickt, es ist wie aus einem Ei gepellt. Sie müssen sich vorstellen, diese Diesbar, die Diesbar, die wir haben, dieses Schiff ist bereits gefahren und da war es auch schon nicht mehr ganz neu, als die Titanic noch nicht mal auf dem Reißbrick war. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das Wort Titanic hier verwende, aber da hat man ja gesehen, wie man aus einem, und wie man, wie soll ich sagen, ein unsinkbares Schiff auf einer jungen Verfahrt auf Grund setzen kann, mal abgesehen davon, wer da alles mit untergegangen ist und eins möchte ich an der Stelle auch sagen, der, oder die Heizer oder die Bordkapelle, die waren es nicht, die haben das Ding nicht verursacht und denen kannst du die Schuld auch nicht in die Schuhe schieben. Da müssen wir mal ein paar Etagen höher ansehen. Also, Sie merken, langsam kriege ich Emotionen, aber ich glaube, wir können Wege finden, diese Dinge zu tun und ich möchte mit diesem Video werben. Leute, tut was dafür, engagiert euch, spendet. Ich weiß nicht, was die Regierung vom Freistaat Sachsen macht. Ich weiß nicht, was der Herr Hilbert organisieren kann. Es wäre wunderbar, wenn wir dort reichhaltige Unterstützung bekommen oder wenn die Flotte vom Freistaat gekauft wird. Nur, wir wollen unterstützen und bitte spendet, wie die Teufel, spendet für die Teufel, wie die Teufel. Es geht eigentlich um ein Stück Identität. Es geht um unsere Identität hier im Freistaat Sachsen, in der Stadt Dresden. Es geht um das Selbstbewusstsein der Menschen und das Selbstverständnis mit der Stadt. Das ist das, was ich Ihnen hier sagen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank.